Rindfleisch mit Zwiebeln und Brokkoli Neuapatt Brokkoli, Capomyei für 4 Personen 2 Esslöffel Pflanzen- oder Erdnussöl 2 Esslöffel grüne Currypaste Siehe Seite 31, Klammer zu 350 Gramm Rumpsteak In feinen Streifen 2 Zwiebeln In Ringen 6 Frühlingszwiebeln Gehackt 2 Schalotten Fein gehackt 220 Gramm Brokkoli Röschen 400 Milliliter Kokosmilch 3 Kaffee Limetten Blätter Grob gehackt 4 Esslöffel frisch gehackter Koriander Einige Thai-Basilikum Blätter Das Öl im Wok erhitzen und die Currypaste darin Unterrühren 1-2 Minuten Braten Das Fleisch zugeben eventuell portionsweise Und unterrühren hellbraun anbraten Zwiebeln Frühlingszwiebeln und Schalotten zugeben Und 2-3 Minuten mitbraten Brokkoli zugeben und alles unterrühren Weitere 2-3 Minuten Braten Die Kokosmilch zugießen Die Limettenblätter zugeben und alles kurz aufkochen Dann 8-10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln Bis das Fleisch gar ist Koriander und Basilikum unterrühren und sofort servieren Koriander und eyewear Mightere 3 Aas